Hallo, ich bin die Melanie Kattringer, bin Vize Miss Oberösterreich und 19 Jahre alt. In meiner Freizeit gehe ich gern schwimmen, laufen, verbringe viel Zeit mit meinen Nichten und Neffen und spiele eben meine Instrumente, zum Beispiel Klarinette, Saksophon, Ziehharmonika. Jedes Mädchen träumt davon, Miss Austria zu werden, weil es einfach eine wahnsinnig tolle Rolle wäre, die sie zu spielen und man kann viel reisen, viel erleben, viele neue Leute und auch Promis kennenlernen. Es wäre einfach ein richtiger Mädchentraum. Obst du, dass das auch so richtig anstrengend sein kann? Ich denke schon, also es ist immer viel Wartezeiten, immer in hohen Schuhen laufen, immer gut aussehen, immer lächeln, immer freundlich sein. Es ist auf jeden Fall ein harter Job, aber ein toller. Kannst du das? Ich denke schon.